Heute möchte ich einen Sonnenuntergang an einem See auf einem Steg fotografieren und meine Bilder direkt on location bearbeiten. Dieses Video wird unterstützt von dem Intel Evo Asus Vivobook S14 S435. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich bin heute an der Havelchaussee in Berlin unterwegs. Das Wetter ist richtig gut. Die Sonne scheint. Gleichzeitig haben wir richtig schöne Quellwolken am Himmel und wir laufen hier gerade noch durch so ein Waldstück, bis wir gleich vorne am Wasser sind. Dort ist ein Steg, den ich fotografieren möchte. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Wetter hält, was es verspricht und als ich ankomme, stelle ich fest, dass es genauso aussieht, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Steg ragt weit ins Wasser hinein und bietet eine perfekte Fotoperspektive, die ich ausnutzen möchte. Ich genieße einige Minuten die Natur und lasse die Umgebung auf mich wirken, bevor ich anfange auszupacken und mein Stativ richtig zu positionieren. Ich habe mir jetzt hier einen richtig schönen Platz rausgesucht. Direkt auf dem Steg, natürlich genau mittig. Hier ist Symmetrie ganz wichtig. Die Sonne geht jetzt da hinten so langsam unter. Im Moment überstrahlt sie noch ein bisschen und leider sind jetzt auch die Wolken so ein bisschen weggegangen. Zumindest genau in die Richtung, wo ich fotografieren wollte. Jetzt habe ich mir mal hier zwei Filter draufgepackt. Einmal einen ND-Filter, damit ich generell länger belichten kann und dann noch einmal ein Verlaufsfilter vorne drauf, damit der Himmel ein bisschen dunkler wird. Ich kann jetzt relativ lange belichten, ungefähr so zehn Sekunden und dadurch wird das Wasser relativ glatt gezogen. Es sieht aus wie so eine Eisfläche. Dadurch wird das ganze Bild ein bisschen ruhiger, weil wir einfach weniger Details im Bild haben und das macht das Ganze wirklich sehr stimmungsvoll und minimalistisch. Und genau das möchte ich hier an dieser Stelle auch erreichen. Ich hoffe jetzt, dass vielleicht noch mal ein paar Wolken wiederkommen, wenn die Sonne richtig runter geht. Dann schauen wir mal, was wir am Ende dabei rumbekommen. So langsam habe ich meine Fotos alle im Kasten. Ich denke, es ist so langsam Zeit, mich hinzusetzen und meine Bilder zu bearbeiten. Ich will meine Bilder am liebsten immer sofort on location bearbeiten, weil dann kann ich sie mir auch direkt an einem großen Bildschirm anschauen. Das finde ich immer ganz wichtig, weil auf dem kleinen Kameradisplay kann ich nicht hundertprozentig die Schärfe kontrollieren. Ich kann nicht hundertprozentig sehen, ob alles genau stimmt. An einem größeren Bildschirm ist das immer wesentlich besser. Deswegen habe ich hier meinen Laptop mit dabei. Es ist super klein, 14 Zoll. Es ist super leicht, knapp über einen Kilo wiegt es und es ist vor allem auch super dünn. Das heißt, insgesamt passt es super in meine Kameratasche rein und ich kann es einfach immer mit dabei haben. Die Akkulaufzeit ist der Wahnsinn. Bis zu 14 Stunden hält das Ganze durch, wenn ich Bildbearbeitung mache. Wenn ich keine Bildbearbeitung mache, sogar bis zu 17 Stunden. Jetzt aktuell ist der Akku bei gerade mal 90 Prozent und er zeigt mir an, er hält noch über 10 Stunden. Also richtig cool und damit kann ich jetzt hier einfach direkt auf diesem Steg meine Bilder bearbeiten. Und ich sehe vor allem auch direkt, wie die Szenerie vor Ort war und kann das entsprechend auch anpassen. So macht Bildbearbeitung Spaß und wesentlich besser als im langweiligen Büro zu Hause. Ich würde sagen, wir können ja mal direkt ein Bild von heute zusammen hier bearbeiten in Lightroom. Okay, schauen wir doch als erstes mal rein, wie viele Fotos ich hier gemacht habe bzw. was für Fotos ich hier überhaupt gemacht habe. Ich habe hier angefangen mit einer relativen Überbelichtung. Ich klicke hier einfach mal doppelt drauf, damit wir uns das in groß anschauen können. Finde ich hat auch was, wenn der Himmel so komplett überstrahlt ist, aber ich glaube, dass wir mit etwas mehr Zeichnung im Himmel doch dann ein bisschen besser dran sind. Ja, das war dann die zweite Variante. Und hier habe ich das erste Mal den Filter dann benutzt. Und da siehst du dann auch jetzt meine Kameraeinstellung nochmal, Blende 11, damit alles schön scharf ist. Bei 17 mm, ja, also bei so einer weitwinkligen Brennweite ist dann wirklich auch alles scharf bei Blende 11. Und sechs Sekunden Verschlusszeit. So, jetzt habe ich das Ganze hier noch ein bisschen verfeinert. Das waren dann acht Sekunden hier. Und was ich jetzt hier gemacht habe, ist, dass ich einmal noch die Hand vor die Sonne gehalten habe. Denn wie du hier vielleicht siehst, wenn ich hier mal reinzoome, dann haben wir hier so eine Sonnenflares. Und die kann man ganz einfach beseitigen, indem ich jetzt eine zweite Aufnahme mache, wenn die Kamera auf dem Stativ steht. Und ja, du siehst es jetzt hier auch, diese liegen wirklich pixelgenau übereinander. Wenn ich dann aber in der zweiten Aufnahme einfach hier mal die Hand über die Sonne halte, dann ist dieser Flair hier verschwunden. Und theoretisch kann ich das jetzt in Photoshop dann einfach zusammenblenden. Und schon haben wir eine perfekte Aufnahme. Jetzt habe ich hier nochmal eine weitere Aufnahme gemacht, wo ich die Kamera nochmal ein bisschen anders positioniert habe. Ich bin mir gerade unsicher, welche ich schöner finde. Ich muss fast sagen, die hier finde ich, glaube ich, schöner, wenn es ein bisschen weitwinkliger ist. Da haben wir einfach ein bisschen mehr Spielraum. Ich glaube, ich nehme die hier. Und wenn ich mich jetzt hierfür entschieden habe, dann kann ich dem Ganzen auch mit einem Klick auf eine Eins hier in Sternen vergeben. Und dann gehe ich als nächstes einfach mal auf Entwickeln. Und im Entwickeln-Modul habe ich jetzt hier auf der rechten Seite meine ganzen Einstellungen. Ich kann jetzt hier auch mal diese Fotoauswahl wegnehmen, indem ich jetzt hier auf dieses kleine Dreieck klicke. Dann ist das Foto ein bisschen größer dargestellt und wir haben hier auch ein bisschen mehr Möglichkeiten. So, als erstes bin ich hier in den Grundeinstellungen drin. Ich gehe aber mal ganz am Anfang, ganz nach unten in die Objektivkorrekturen, denn ich möchte die Profilkorrekturen aktivieren und die chromatischen Aberrationen hier noch entfernen. Das sind zwei Sachen, die ich gleich am Anfang immer mache. Einfach damit das Ganze hier so ein bisschen entzerrt wird. Ich klicke jetzt hier noch mal rein und schaue mal, ob die Schärfe auch wirklich stimmt. Ja, das sieht aber gut aus. Also es ist wirklich von vorne bis hinten scharf. Und dann werde ich als nächstes mal gleich hier unten bleiben in den Details und das Bild noch ein bisschen nachschärfen. Da nehme ich immer so einen Wert zwischen 80 und 90. Packen wir ihn hier mal auf 85. Den Radius, das ist quasi die Einstellung, wie doll diese Schärfe sein soll. Also wir haben hier einmal den Betrag und der Radius, der zeigt an, wie grob die Schärfe sein soll. Das ist vielleicht der bessere Ausdruck dafür, wie grob die Schärfe sein soll. Da stelle ich den Radius immer ein bisschen weiter runter. Ich möchte immer so ein bisschen eine feinere Schärfe haben, die nicht ganz so grob ist. Deswegen stelle ich das Ganze hier im Radius auf 0,8. Okay, dann können wir das Ganze noch maskieren. Und wenn ich die Alt-Taste dabei drücke, dann sieht man immer sehr schön, wo das Ganze dann entsprechend angewandt wird und wo nicht. Also alles, was jetzt weiß ist, da wird die Schärfe angewandt, diese zusätzliche. Und alles, was schwarz ist, dort nicht. Jetzt sieht man hier auch sehr schön, hier haben wir einen schönen Sensorfleck drin. Den kann ich gleich mal noch wegmachen, indem ich jetzt hier mal oben auf den Bereichsreparatur pinsel und dann hier einfach einmal drüber und schon ist das Ganze entfernt. Klicke ich gleich auch wieder auf Fertig und schon sieht das Ganze gut aus. Jetzt klicken wir hier nochmal rüber und gucken, ob wir noch irgendwo andere Sensorflecken finden. Aber das sieht erstmal ganz gut aus, soweit. Was ich noch entfernen möchte, ist hier diese, das ist ja keine, ich weiß nicht, ob das eine Boje sein soll oder einfach eine Tonne. Zumindest gefällt sie mir nicht besonders. Und deswegen werde ich jetzt hier mal die Größe ein bisschen einstellen von dem Pinsel, von dem Bereichsreparaturpinsel und dann hier einmal drüber malen. Und mit gedrückter Maustaste kann man hier auch tatsächlich diesen Bereich ein bisschen größer machen und schon ist das Ganze rausretuschiert. Ja, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Perfekt. Wir könnten übrigens auch probieren, an dieser Stelle, ob das funktioniert, dass wir hier einfach diesen Lensflare so rausretuschieren. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Na doch, man sieht ziemlich doll. Okay, nehmen wir wieder raus, machen wir dann später noch in Photoshop. So, und jetzt können wir uns als nächstes ja mal wirklich um die Grundeinstellung kümmern. Das heißt, ich kann jetzt hier mal die Lichter etwas reduzieren. Ja, man sieht jetzt hier sehr schön, dass die Sonne ein bisschen dunkler wird. Gleichzeitig möchte ich dann die Tiefen auch noch etwas aufhellen, damit wir hier so ein bisschen mehr Details noch drin haben. Nicht zu viel. Und dann gebe ich auch insgesamt wieder ein bisschen Kontrast hinzu. Ja, das gefällt mir schon mal ganz gut. Die Weißtöne könnten wir noch ein kleines bisschen herabsenken. Perfekt. Was ich jetzt auch noch sehr gerne mache, um den Kontrast noch weiter zu erhöhen, ich nehme hier einen Verlaufsfilter und ziehe jetzt mal den Verlauf von ganz unten nach noch weiter unten. Das heißt, erstmal ist das ganze Bild hier angewählt quasi. Die Klarheit nehme ich hier erstmal wieder raus. Was ich jetzt aber machen möchte, ist, ich haue jetzt hier mal richtig viel Kontrast rein. Den stelle ich mal ruhig auf plus 100. Belichtung ein kleines bisschen weiter nach oben. Und was wir jetzt machen können, wir können hier unten eine Bereichsmaske anlegen. Unter dieser Bereichsmaske wähle ich einmal Luminanz aus und sage jetzt hier den Bereich von 25 bis 75. Hier ganz unten, hier ganz links, haben wir die ganz dunklen Bildbereiche, ganz rechts haben wir die ganz hellen Bildbereiche und ich möchte quasi die Mitteltöne davon auswählen. Also, das, was jetzt hier in der Mitte ist, das ist ausgewählt. Das ganz Schwarze und das ganz Weiße wird davon ausgeschlossen und wir haben nur die Mitteltöne. Und da möchte ich jetzt hier den Kontrast reinbauen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen viel. Ich stelle mal den Kontrast auf plus 50 ungefähr. Aber dann gefällt es mir richtig gut. Dann klicke ich hier auf Fertig. Dann könnte man noch ein bisschen die Klarheit rausnehmen, insgesamt in dem Bild. Und gleichzeitig könnte man jetzt mit einem Pinsel wieder etwas mehr Klarheit hier vorne auf den steht packen. Dann könnte ich jetzt hier einfach mal noch so ein bisschen reinzeichnen, diese Klarheit. So. Perfekt. Dann haben wir hier auch ein richtig schönes Ergebnis. Klicke ich wieder auf Fertig. Jetzt können wir noch den Weißabgleich uns ein bisschen anschauen. Soll es eher ein bisschen kühler sein oder eher ein bisschen wärmer. Ich tendiere ja fast eher dazu, es ein bisschen wärmer zu machen. So ein schöner Sonnenuntergang. Gleichzeitig können wir hier auch die Tönung noch ein bisschen hochstellen, aber nicht zu viel. Ja. Das gefällt mir ganz gut. Und jetzt könnten wir ganz nach unten in die Kalibrierung noch reingehen. Denn in der Kalibrierung kann ich auch nochmal sehr schön mit den Farben arbeiten. Kann ich hier zum Beispiel das Blau noch ein bisschen nach links ziehen, den Farbton und auch die Rotwerte können wir hier noch ein kleines bisschen anpassen. So. Das sieht ja schon mal richtig gut aus. Im letzten Schritt kann ich mir jetzt überlegen, möchte ich das so im Landschaftsstil behalten, also Querformat, oder möchte ich es eher hochkant machen. Ich würde einfach mal ausprobieren, wie es aussieht, wenn man es hochkant macht. Dann allerdings nicht im 3 zu 2 Format, sondern eher im 4 zu 5 Format. Kann man ja mal schauen, wie das Ganze aussieht. Ja, dann konzentriert sich es halt wirklich sehr auf den Steg. Ob das jetzt so optimal ist, ein bisschen begradigen müssen wir es auch noch. Aber ich glaube, ich lasse es eher im Original. Aber diese kleine Drehung hier im Bild, die müssen wir so oder so noch machen, weil es nicht 100% gerade ist. So. Das gefällt mir so jetzt aber schon mal ganz gut hier. Und ich würde fast sagen, so können wir das Bild schon lassen. Weil wenn ich mich jetzt hier umgucke, diese Stimmung hier, die passt echt ganz gut. An dieser Stelle jetzt auch noch mal ganz kurz ein paar Infos zu dem Laptop, auf dem ich hier arbeite. Das ist nämlich ein Intel Evo Asus Vivobook S14. Ich werde euch das Laptop auch noch mal unter dem Video verlinken, falls ihr da selber Interesse habt. Dann könnt ihr mal selber direkt im Online-Shop schauen, wie das Ganze von den Konfigurationen her und so weiter ist. Ich möchte euch an dieser Stelle auch noch mal kurz was zu dem Laptop erzählen, welches ich hier für meine Bearbeitung benutze. Das Ganze ist ein Intel Evo Asus Vivobook S14. Ich werde euch die genaue Verlinkung auch noch mal unter dem Video posten. Dann könnt ihr euch selber dazu noch mal etwas genauer informieren. Aber an dieser Stelle sei gesagt, dass Intel mit Asus hier zusammenarbeitet und dieses Laptop erschaffen hat auf Grundlage der Intel Evo Plattform. Dabei haben Intel und Asus besonders Wert darauf gelegt, dass die Batterielaufzeit stimmt, man gleichzeitig aber eine richtig gute Performance hat und das Ganze auch noch stylisch aussieht und vor allem auch leicht und kompakt ist. Ich finde vor allem noch cool, dass das Display so groß ist im Vergleich zu der Größe des gesamten Laptops. Ich würde jetzt mal schätzen, dass das so ungefähr 95% der Größe vom Laptop sind, die auch das Display ausfüllt. Also wirklich sehr schmale Ränder, was mir immer sehr, sehr gut gefällt, weil ich natürlich trotz kompakter Größe eines Laptops immer auf einem möglichst großen Monitor arbeiten möchte. Und auch wenn ich nicht der größte Technikexperte bin, kann ich euch ja so ein paar kleine Infos noch sagen. Es ist hier die elfte Generation von den Intel Core Prozessoren drin verbaut und außerdem die Intel Iris Xe Grafik. Außerdem kannst du das Laptop einfach zumachen und es ist sofort wieder da innerhalb von einer Sekunde, wenn du es wieder aufklappst. Das ist auch eine sehr, sehr coole Funktion, die ich sehr schätze. Es ist mit perfekten WLAN ausgestattet. Es ist außerdem mit Thunderbolt 4 Anschlüssen ausgestattet. Also du hast wirklich auch eine sehr große Geschwindigkeit oder eine sehr schnelle Geschwindigkeit, wenn du damit arbeitest. Genauso mit den Programmen auch. Ich finde, dass Lightroom hier sehr, sehr flüssig draufläuft und ja gerade auch so Sachen wie Office-Anwendungen, Chrome, Zoom und so weiter. Also diese Standardprogramme, mit denen man arbeitet, wenn man Office-Arbeiten tätigt, die laufen wirklich sehr, sehr flüssig damit. Und besonders cool finde ich hier noch stylisch gesehen zumindest die Enter-Taste, die hier so einen richtig schönen gelben Neonrand hat, was das Ganze auch nochmal so ein bisschen hervorhebt. Ist so eine Kleinigkeit, aber irgendwie macht es das Ganze nochmal richtig cool. Also wenn ihr das Laptop auschecken wollt, dann schaut unten in die Videobeschreibung mal rein und dort habe ich das Ganze dann für euch verlinkt. So Leute, ich bin mit meiner Bildbearbeitung zufrieden, die Sonne ist untergegangen, jetzt können wir so langsam nach Hause gehen und das Ganze zumachen. Das war es mit diesem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ihm so ist, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Intel und Asus dafür danken, für diese wundervolle Kooperation und für das Bereitstellen des Laptops. Ich hoffe euch hat das Video wie gesagt gefallen, ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Ich poste euch unter dem Video auch den Link zu dem Laptop, falls ihr daran Interesse habt, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bild bearbeiten und bis zum nächsten Mal. Ciao.